Ah, jetzt ist es wieder gut. So, diese Kohle, äh, diese Kohle, ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen unkonzentriert, aber dieses Eisen hier, sehr schön, können wir gut gebrauchen. So, ähm, das ist Aluminium, also Bauxit noch und brauchen wir momentan nicht. Können wir auch nur mit einer einzelnen Spitzhacke abbauen. Oder da rüber. Also, wie ihr seht, spawnen extrem wenig Mobs, weil die Pokémons einfach die Spawn-Rates kaputt machen. Vor allem, wenn andere Spieler online sind. Aber, ja, ich muss dann noch schauen, also ich werde es so schnell wie möglich fixen. Ich bin gerade am studieren, vor allem die Multiverse, also das Multiverse-Plugin, durchschaue ich jetzt. Manche Sachen gehen irgendwie nicht, ich weiss nicht wieso. Ob irgendwas momentan buggy ist oder ob ich einfach irgendwie etwas falsch mache. Da müssen wir dann noch schauen. Zum Beispiel, ich wollte hier Keep Inventory anmachen. Also, zumindest in der Farming-World, weil manche sind gestorben und dachten, es wäre dort auch an. Und haben dann viel verloren. Tut mir leid. Ich freue mich auch riesig, dass schon wieder so viele auf meinem Server gefunden haben, obwohl der Server in der letzten Zeit viel überarbeitet wurde, neu aufgelegt wurde. Weil manche Plugins und Modpacks gingen überhaupt nicht. Und wir haben jetzt das Pixelmon alleine gemacht, damit auch die Plugins funktionieren. Sonst gingen die Plugins nämlich nicht. Und dadurch können wir auch nicht so manches schützen lassen und so weiter. Okay, der Mod geht trotzdem gut. Oder das Plugin. Jetzt ist es Nacht hier. Wir suchen irgendwie, wollte ich so einen kleinen Hügel nehmen, der noch im Walbiom ist, weil hier finde ich das Gras recht schön. Das ist auch laut Minimap Bergbiom. Da drüben wäre doch schön. Hier ist sogar Lava. Ich habe zwei Minimaps an. Das liegt an Zans Minimap und Pokeradar. Darum, ja, ich wollte es nicht überlappen machen und ich wollte beide benutzen, weil ich auf beide angewiesen bin. Und vor allem hier, der Mega-Karte. Die ist richtig geil. So, wir schauen mal. Die Biom-Zusammensetzung ist jetzt nicht gerade so schön. Viel zu viel Sumpf. Wir laufen ein bisschen weiter. Ich bin nicht gerade am Spawn-Bauen. Damit, ja, damit ich schon noch ein bisschen Freiheiten habe, wenn ich gerade ringsum gebaut werde. Wir können dann immer wieder die anderen besuchen gehen. Das ist für mich einfach chilliger. Mir reicht es, wenn der dann immer da zu mir kommt. Hier hat es überall Löcher. Hm, komische Generierung. Hier ist Schnee, das will ich eigentlich nicht. Ich schaue mal hier unten. Hier unten ist noch ein Biom. So, jetzt können wir wieder rennen. Wir müssen mal schauen, dass wir irgendwie etwas zu essen bekommen. Es gibt leider auch keine Tiere irgendwie. Sollten eigentlich Tiere spawnen oder sollte eigentlich nicht Tiere spawnen. Das muss ich nur einstellen. Und überall sind Poké-Centers. Jetzt haben wir schon vier gefunden. Der letzte Mat vom Poké-Pack-Mod-Comp... Also, Mod-Pack gab es fast keine Poké-Centers. Und hier spawnen extrem viel. Ja, ich denke, hier irgendwo wäre schon nice, aber es ist ein bisschen viel zu viel Wasser. Hier. Ich weiß nicht. Ich bin immer so im Platz suchen extrem sensibel oder so. Ich will immer das Schönste haben. Aber leider ist der Word-Generator viel schlechter geworden. Ich wünsche dir, es gäbe noch den Word-Generator von Beta 1.8. Der war richtig geil. Der hatte richtig geile Sachen gespawnt. Richtig schöne Formationen, richtig gute Flüsse, alles mögliche. Und seitdem wurde er eigentlich immer wie grässlicher. Ich weiß nicht, was Mojang so macht. Die passen sich immer mehr den Casual-Gamer an. Und die richtigen Spieler ignorieren sie. Das ist ein bisschen schade. Ja, sieht eigentlich recht gut aus. Aber es ist halt einfach Bergbiom. Aber ich denke mal, gibt es hier irgendwas, was nach Wald aussieht? Nein. Da ist zu nah. Sumpf. Haben wir nicht so eine schöne Welt gefunden. Aber, ja, okay. Ist jetzt nicht so schlimm. Wir werden uns jetzt einfach mal hier... Ja, hier gibt es Bäume. Wir werden uns hier niederlassen. Am besten hier unten. Ich nehme nämlich immer zuerst das Farmhaus. Da können wir den Platz, den geringen Platz, den wir hier haben, gut gebrauchen. Am Seil hier, denke ich mal, ist doch ein schöner Platz. Dann haben wir wenigstens etwas. Gut. Wir machen das hier unten, damit wir das Haus groß bauen können. Oh, wir haben nur sieben Kobblestone. Dann müssen wir kurz nochmals holen. Dann legen wir mal das Zeug rein, das wir nicht brauchen. So, ja. So, ja. Jetzt... Ein Schwert können wir gebrauchen, auch wenn es nicht so viel spawnt. Ein Schwert ist immer gut. Und diese Setzlinge ansetzen, dann können wir kurz in eine Höhle gehen. Jetzt leckt es wieder. Also, vor allem die Performance ist ein bisschen runtergegangen. Aber das ist eigentlich jetzt schon wieder gut. Der kleine Dämpfer, ich weiß nicht, was Fraps momentan hat. Seit dem neuesten Update hat es immer wieder die Performance Probleme. Das hatten sie schon mal. Und hatten sie dann eigentlich gefixt. Aber, ja. Jetzt kam es plötzlich wieder. Also, keine Ahnung, was sie jetzt für Probleme haben. Ich würde ja gerne ein besseres Aufnahmegerät kaufen. Aber ich habe so wenig Geld momentan. Weil alle meine Helfer von der Finanzbranche und so haben momentan echt viele Probleme. Ich musste schon eine kündigen, weil sie einfach nur noch Scheiße gemacht haben. Das wäre ein bisschen schade. Also, es ist richtig. Man kann niemandem vertrauen, nicht mal die Arbeit machen. Finde ich jetzt echt dumm. Aber so ist das Leben. Überall sind Stolpersteine. Und man muss sie wegreiben. Man muss daran wirklich etwas dagegen tun. Und, ja. Es ist schon ein bisschen problematisch. Aber eben am besten nicht denken. Am besten nicht darüber nerven und Gedanken machen. Und das geht schon. Aber natürlich muss man auch Vorsicht halten und so. Aber es ist meistens nicht leicht. Wie momentan es ja auch nicht leicht bei YouTube ist. Bei YouTube natürlich auch immer Stolpersteine hinsetzen muss. Momentan ist es die Werbung, die mir jetzt im Video kommt. Die man mit dem Adblocker nicht blocken kann. Und, ähm. Ja. Es ist schon ein bisschen schlecht. So, das ist hoffentlich genug. Sonst kann ich nicht mehr weiter runter machen. Ähm. Ich finde es irgendwie blöd und komisch. Jeder Entwickler und jeder Let's Player müssen die Videos so laut wie möglich machen. Wieso? Also, wieso kann man das nicht irgendwie auf 50 oder 60 Dezibel begrenzen oder so? Das ist schon schlecht. Ähm. Ja, wir müssen jetzt noch auf Weizen setzen, da wir keine Tiere hier haben. Aber die Tiere werden so bald wie möglich spawnen. Und bis dann müssen wir halt eben, ja, auf Weizen setzen. Aber das geht hoffentlich gut. Also, sollte uns nur kein Skelett oder so angreifen. Aber ich denke, die spawnen eben momentan noch nicht. Und da muss ich da etwas einstehen. So, wir haben genug Eisen. Jetzt machen wir uns zuerst eine Spitzhacke. Das ist immer das Wichtigste. Damit wir ein paar Sachen abbauen können, die wir noch nicht abbauen können. Und wir haben einen Bucket gemacht, damit wir natürlich bewässern können. Aber ich denke mal, wir nehmen den einfach mal mit und setzen die Sachen hier hin, die wir nicht haben. Also müssen wir sie sammeln. Also ich denke, wir können dieses Let's Play dann noch sehr viel ausbauen. Wir könnten ein Megaprojekt machen mit anderen Let's Player. Wir könnten richtig zusammen kämpfen und so. Wir könnten auch Verbündnisse machen oder spezielle Sachen, Challenges, alles mögliche. Da dürft ihr gerne mitbestimmen. Ich nehme, ich schaue jedes Kommentar an, was ihr so schreibt. Also dürft ihr locker mal einige Vorschläge schicken. Also posten und ja, vielleicht wird es ja angenommen. Also ich bin zwar einer, der gerne etwas annimmt. Und um euch dazu ja helfen, ich will ja auch ein relativ guter Let's Player werden. Und mache dafür alles, ohne damit zu einem, sagen wir, A-Loch-Let's Player zu werden. Wie viele Leute jetzt momentan sind die, schon mehr als eine Million haben oder zumindest mehr als 300.000. Ich werde natürlich keine Werbung vertreiben, nichts. Ich werde nur die Werbung annehmen, also haben, die ich brauche, um ein wenig Geld zu verdienen. Aber ich werde keine Werbung auf anderen Kanäle machen oder so, wie es viele leider momentan bei mir machen. Die werden bei mir überhaupt gar nicht erscheinen. Also ich habe so eingestellt, dass wenn jemand irgendwas mit Werbung postet, es als Spam gekennzeichnet wird. Und die kommt nicht an. Ich muss sie freischalten. Ich will keinen Button machen. Was geht denn hier ab? Ich bin momentan so aus der Rolle von Minecraft. Ich muss zuerst wieder ein bisschen lernen. Wir machen, ja, wir machen das Eisen. Wir haben genug Eisen. Jetzt haben wir eine Feldhacke. Und wir können uns erstes Essen anpflanzen. Mh, Körner. Sehr gut. Ja, müssen wir dann Brot kraften da raus. So, Birchwood können wir.